Ich finde die Themen, die Jugendliche umtreiben, finden wir am besten, indem wir mit ihnen idealerweise ihre Lebenswelt erkunden und sie zu verstehen versuchen. Also zu verstehen versuchen, was es ausmacht, Medien wirklich gleichberechtigt, also die digitalen Analog-Hybrid zu verschränken, überall im Alltag. Und Jugendarbeit hat da ideale Voraussetzungen, weil sie das schon immer macht und wenn wir schauen, also zum Beispiel die Sozialraumerkundung, ist das, was sehr bewährt ist in der Jugendarbeit und das können wir auch mit Blick auf Medien machen. Das heißt, wir können uns zusammen mit Jugendlichen insbesondere auf den Weg machen und ihren Sozialraum, der heute auch mediatisiert ist, erkunden. Das hat dann analoge Elemente wie bisher und das bedeutet auch mit Jugendlichen vor ihren medialen Kanälen zu sitzen und sich zeigen zu lassen, wie sie das in ihren Alltag integrieren. Und so können gemeinsame Ideen entwickelt werden. Es ist noch nicht immer klar, welche inwiefern Methoden der Sozialraumerkundung angepasst werden müssen, aber da gibt es auch schon einige Vorschläge. Und da ist im Moment auch noch Experimentierfreudigkeit gefragt und das kann der Jugendarbeit auch recht gut.